Mein Name ist Jannis Marx, ich bin 18 Jahre alt und bin Spiele-Innenverteidiger. Mein bisheriger Verein war der FV Moosbach. Mein Vorbild ist Jerome Boateng. In FIFA nehme ich Eintracht Frankfurt. Und meine persönlichen Ziele sind eine gute Runde zu spielen und das Spiel mit der Mannschaft ist der Nichtabstieg.